Mortal Kombat Annihilation ist ein perfekter Partyfilm. Punkt. Wer glaubt, Mortal Kombat von Paul W.S. Anderson hat zu viel Sinn gemacht, hat zu viel Story gehabt, hat zu viel Charakterentwicklung gehabt, Annihilation ist euer Film. Wer in einem Streifen ein mehr oder weniger 90 Minuten langes, durchgehendes Fight-Konstrukt mit Power Rangers, Predators, Seedos Faschingskostüm und einer Reihe von anderen absurden und wilden Charakteren sehen will, wer mehr oder weniger das Sommerballett mit Tanzchoreografie aus Jackie Jans Nachtkästchen haben will, wer mehr oder weniger einfach nur lachen will über die absurde und mehr oder weniger komplett unfassbare Tatsache, dass dieser Film existiert, der kann sich Mortal Kombat Annihilation anschauen. Um die Frage, die vielleicht sich noch einige stellen, zu beantworten, nein, der Film ist nicht gut. Nein, der Film ist nicht so gut wie der erste Teil. Ja, der Film macht überhaupt keinen Sinn, vorn und hinten, aber ja, der Film unterhält. Verdammt kann der Film unterhalten! Wir sehen uns nicht so gut wie der Film unterhalten! Wir sehen uns nicht so gut wie der Film unterhalten! Wir sehen uns nicht so gut wie der Film unterhalten! Wir sehen uns nicht so gut wie der Film unterhalten! Wir sehen uns nicht so gut wie der Film unterhalten! Vielen Dank.